Ich krieg's jetzt echt grad nicht gebacken hier, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Jetzt fällt mir sie ein, wie ich's selber gelöst hab, wo ich offline gespielt hab, als ich das erste Mal gespielt habe. Hier juckt es ja keine Sauweh nicht heute. Hauptsache ist... Ich komm da rüber an die... Ja, ich bin ja schon weg. Hauptsache ich komm nach hier oben. Ich verweigere, ihr seid ein guter Mann, mit starken Charakter und guter Moral. Ihr wird uns von uns selbst entspannen. Und Rettung brauchten wir. Bevor Sabunarola zu uns kam, trieften wir vor Sünde. Für eine Reihe. Steuern. Genau. Muss ich noch mehr sagen. Wir kümmern uns um weltliche Dinge und Freuden des Fleisches. Wir haben jetzt alles, was wir brauchen, damit wir ihn töten können. Ich bin mir sicher. Doch, ich ist mir bekannt. Ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher. Laju, da ist Mist. Nein, wollt ihr nicht. Verdammt! Verdammt! Verfickte Scheibenkleister... ...Mischung. Ey. Da krieg ich doch langsam. Völle Gefühle. Echt? Ey. Da krieg ich doch langsam. Da nichts. Da tot. Nerfensäge. So. Wir töten jetzt einfach alles, was uns im Weg steht. Ich komme aus dem Ostdenk. Ich komme aus dem Dila Launheberlein. So, jetzt gehen wir hoch. Du bist ein starker Charakter und guter Wohre. Und... Ha! Gott! Nochmal! Jetzt kannst mich mal fett am... Fuß lecken. Boah! Das ist jetzt das erste Mal, dass es so oft dauert, ey. Dass ich jetzt zum sechsten Mal was wieder spielen muss. Das kotzt mich jetzt. gerade an. So. Ihr habt lieber unterstützt die Medien, die wir in Florent schon lange verlassen haben, oder... Ja, ich bin ein Händler. Sehe ich aus wie ein Händler? Ja, ich handel mit Nutten und Quarks. Warum es bekämpfen? Sich verweigern! Ja, ich bin ein Händler. Es ist ein guter. Mit starken Charakter und guter Moral. Er wird uns vor uns weg. Und Rettung brauchten wir. Bevor Sabunarola zu uns kam, riefen wir vor Sünde, Völlerei, Lust, Stolz. Muss ich noch mehr sagen. Wir kümmerten uns nur um weltliche Dinge und Freuden des Fleisches. Ich hoffe mal, dass es jetzt funktioniert. Sorry, ganz ehrlich, wenn ich ein bisschen ruhiger werde, aber ich bin da extrem genervt gerade. So, der läuft seine Runde, das ist gut. Dann kann ich ihm, wenn er hier vorbeiläuft, eine Giftspritze verpassen. Dann probiert er ihn da. So, anvisiert. Und er kommt. Und? Ja, an. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Ihr habt das Blut eines Heilers vergossen. Nein, ich habe das Blut eines Tyrannen vergossen. Diese Macht über Leben und Tod zwischen dieser Welt und der Nächsten. Anscheinend rauschte ich mich. Ja, das tatest du. Und jetzt werdet ihr schlafen. Euer Tod dient einem Zweck. Requiescat in Pace. So, ja gut. Es kommt keine Glutze. Flitz kommt wieder eine Videosequenz. Ich könnte jetzt echt gerade eine brauchen so viel. Stress habe ich gerade hier. So, drei fehlen wir jetzt noch. Und eine davon ist... ... 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 Unter 1500 Florin meint sie. Warum müsst ihr euch so zum Narren machen, Idiot? Warum? Weil ich's kann. Warum leckt sich ein Hund an den Eiern, weil er's kann? Also stell nicht so doofen Fragen. Warum machst du das, weil ich's kann? Kommt, meine Freunde, ich habe frischen Schafs-Lorin und loswerden an den Weg. Boah, Alter. Oh, noch mal auf die Zonenband. Oh, damit können wir später Forly komplett aufbauen. Das, was wir dann so renovieren können, können wir dann renovieren. Ist ja eigentlich nur noch der Kunsthändler. Wenn ich das jetzt richtig weiß. Ah, komm schon. Ah, was mich jetzt mal kurz interessiert, das sind ja immer nur... Äh, nein, 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 nein. Hier. Hafenmeister. Ah ja, okay. Sequenz 13. 12, 11. Äh, das hab ich doch schon abgeschlossen. Na, egal. So, jetzt muss ich mich mal kurz umsetzen. Oh, gut. Alles tut gut. Erinnerung 13. Fegefeier der Redigkeit. Ah, das sind jetzt noch die drei Sachen. Dann ist die DNA-Sequenz auch schon wieder durch. Wenn der Steinmetz und Zimmermanns gelten, sollte... Praktisch. Kommt, meine Freunde. Ich habe frischen Schafsurin und Rosmarinpackungen gegen eure Hühneraugen. Hallo, ich möchte mit dem sprechen. Nein. Und nicht. Das war's. Kommt jederzeit wieder. Gerne doch. So. Omnipotens Deus. Rex Regum. Et Omnium Gubernator. Was? Sterbesakriment. Boah, ich hab was. So, wie ich darf jetzt nach Dopp? Oben klettern. Oh Gott, ich weiß doch nicht mehr, wie das geht. Um nach da oben zu kommen. Also nach da ganz oben. Läuft da einer ja. Den kann man dann hier asassionieren. So, und... Und gleich wieder hoch. Und dann Attentaten. Den hier mal. Ah, komm schon. Alter. Du musst das echt wieder unentdeckt. Ich krieg da nicht noch dicke Kinder. Und dann... Dann kraxeln wir halt... Wieder so entlang. Kostet ja nicht unnötig Zeit sowas. So. Ich hoffe ich wenigstens, dass er bis hier hinläuft und nicht da stehen bleibt, wo ich denke, dass er stehen will. Bleibt. Verdraut. Einmal verstecken und nicht nur so, sondern hier allein. Ja, da müsste ich eigentlich... ...wicht die Uhr kommen. Oh. Oh, Alter. Oh, Alter. Ha, komm schon, Junge! Alter! Oh. Also, ihr merkt ja, ich bin grad extremst ruhig, aber auch angenervt. Schöne für mich, dass du mich kennst. Ich mach dir keinen Nern. Herr Armand. Er ist nur bekannt. Ich kann aber gut. Laju! Laju! Auf ihn! Ha, ha, ha! Welche Richter? Laju! Da! Da! Ja! Er greift ihn! Kein Ausweg mehr, Stronto! Ja. Jungs, Mädels. Ähm. Ja. Ich werde jetzt auf Start drücken und erstmal eine kleine Aufnahme Unterbrechung machen, weil ich krieg's grad echt nicht gebacken und das hat jetzt auch keinen Sinn mehr. Wenn ich das jetzt noch 5000 Mal probiere und ihr euch dann extremst langweilt, langweilt. Darum würde ich sagen, ich mach jetzt ne kurze Aufnahmepause. Bis nachher. Tschüssi! So, zurück in der Aufnahme. Let's play Assassin's Creed. Und ja, ich hab jetzt mal ein Stündchen, zwei Pause gemacht. Und wieder Nerven getankt und Kräfte. So, dass ich mir jetzt mal gesagt hab, ja, jetzt kannst du nochmal versuchen. Ich hab auch schon geschaut, also, die letzte Aufnahme war eine ganze Stunde schon. Also, lauter Fails. Und was ich halt gemerkt habe, dass ich, äh, recht leise war in den Aufnahmen. Deswegen hoffe ich auch, dass ich jetzt, oder ich spreche jetzt einfach mal leiser, äh, leiser. Ich spreche jetzt einfach mal lauter. Ja, damit ich besser zu verstehen bin in den Aufnahmen. Und, ja, jetzt beginnen wir mit dem Aufnahmen. Und, ja, jetzt beginnen wir mit dem Aufnahmen.